Hi, ich bin gerade am Kartenmalen und möchte euch gerne mitnehmen. Also hier, das sind diese Vögelchen, die möchte ich euch heute zeigen. Also ich erfinde das Rad jetzt hier nicht neu. Diese Blobvögel, da gibt es auch einige Tutorials auf YouTube. Also die Vögelchen und natürlich die Loose Flowers. Und hier habe ich eine, so eine Fantasieblume. Hier, das dachte ich mir, so für Valentinstag. Da habe ich ja ein Tutorial, das ist ganz gut bei euch angekommen, weil es auch sehr einfach ist, für Anfänger geeignet, für Einsteiger. Und so sind diese Vögel auch. Hier noch ein paar Blümchen, hier habe ich auch nochmal ein paar Vögelchen. Aber das hier möchte ich heute gerne mit euch machen. Da könnt ihr jede Farbe dazu nehmen. Ich habe jetzt so ein bisschen hellere, so fürs Frühjahr. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich habe hier ein paar aus meinem Aquailbock ein paar Karten geschnitten, dass die in meine Umschläge passen. Jetzt fangen wir mal an. Also ich nehme jetzt einfach mal, ich habe mir da jetzt nichts weiter überlegt, welche Farben. Ich mache das jetzt mal ganz intuitiv. Ich nehme das Orange, das ist eine schöne, also mit viel Wasser aufnehmen und einfach nur so Blobs machen. Und so, dass auch noch ein bisschen Wasser auf dem Papier aufliegt, dann nimmst du eine Farbe, die ein bisschen Kontrast hat oder auch viel Kontrast. Und du machst das hier so, lässt das so reintupfen. Nur, dass es da so eine Variation gibt. Jetzt möchte ich gerne hier noch ein bisschen dunkler. Und ich lasse das jetzt einfach laufen. Jetzt nehme ich die nächste Farbe, nehme ich mal das Orange. Das ist das hier oder Rosa. Das ist so ein Pink-Rosa. Und mache den nächsten Vogel mit viel Wasser. Die müssen so ein bisschen unfärmig sein, wie diese Rosen, die wir gemacht haben im Tutorial. Und hier mache ich auch nochmal ein bisschen Lila rein. Und vielleicht auch ein bisschen Blau. Und lasse es einfach laufen. Das Einzige, ich mache hier so, ich ziehe jetzt schon mal so ein kleines Vogelschwänzchen raus. So. Jetzt nehme ich mal dieses helle Flieger. So, jetzt mache ich mal hier so ein paar kleinere. Und dann mache ich jetzt mal ein braun rein. Hier habe ich noch ein bisschen Lila. So. Und dann mache ich jetzt mal hier das Schwänzchen hier rein. Das ist dann einer da, einer da, einer hier. Ich nehme mal jetzt von dem dunkleren Lila noch was. Ich mache den noch mal ein bisschen runder hier. So. Jetzt nehme ich mal hier dieses Typ Käs. Und da lasse ich was von dem Grün auch reinlaufen. So, die gucken sich jetzt nicht an hier. Vielleicht von dem Orange was. Jetzt mache ich hier oben nur noch eins hin, weil ich bin da jetzt, ich habe zu weit oben angefangen. Und dann nehme ich jetzt einen braun. Das mache ich jetzt mal ein bisschen heller. Und mache da mal ein Gelb rein. Das bin ich gar nicht. So, jetzt nehme ich ein Papiertaschentuch. Mache meinen Pinsel richtig trocken, dass der gut saugt. Und mache hier vorne, wo der Schnabel hinkommt, ein bisschen heller, wo der Bauch ist. So. Also richtig trocken machen. Und hier auch. Und hier würde ich gerne noch ein bisschen was dunkleres reinmachen. Ein bisschen braun mischen. Also ich mische dann meistens mit braun, um das dunkler zu machen. Oder du kannst auch normalerweise, ich nehme nicht gerne das schwarz. Das wird sehr dunkel. Einfach nur ein bisschen reinlaufen lassen. Und hier vorne, das ist mir noch zu hart, die Linien. Dann gehe ich nochmal drüber. So, ich trockne das jetzt. Und, ach, Moment. So, das ist jetzt trocken. Jetzt nehme ich meine Tusche und eine Zeichenfeder. Die Tusche ist Leipziger Schwarz von Röhre und Klinger. Also, du kannst ja auch einen Fineliner nehmen. Vielleicht nicht einen wasserfesten, weil ich das nachher noch ein bisschen mit Wasser verwuschle. Also, ich fange jetzt hier an. Ich mache einfach drei Zweige. So, einfach, wie du denkst. Und mache dem jetzt zwei Beinchen. So, ich habe hier so, das habe ich aber auch in einem YouTube-Tutorial gesehen. Ich habe mir hier so eine kleine Plastikfolie und habe da mit Edding einen kleinen schwarzen Punkt und einen kleinen Schnabel. Nur, um zu sehen, wo setze ich das hin. Also, hier der Schnabel würde genau hier hinpassen. Dann nehme ich jetzt einen grauen Unipin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo war der? Ja. Hier, das passt doch hier hin. Und jetzt gucke ich, wo das Auge hin passt am besten. Hier. So, jetzt mache ich mal weiter bei dem hier. Ja. Das Auge hier hin. So. Das mal hier hin. Ich nehme noch die Beinchen. So, jetzt mache ich hier den nächsten Ast oder Linie, wo die draus sitzen. Stromleitung, egal was das ist. Und, ähm, die Beinchen, der guckt ja jetzt noch da. Und der guckt noch da. So, dann nehme ich meine Plastikfolie wieder. Ja. Hier hin. Mal, das ist ein bisschen schwer. Vielleicht lasse ich den nach oben gucken. Und jetzt machen wir das letzte. Dass wir mal hier rauskommen. Das ist ganz schön unfärmig. Und jetzt muss ich weiter hochsetzen. Dann male ich vielleicht nochmal ins Leere. Ja. So. Jetzt nehme ich meine Feder und male das in einfach nur so ein paar Blätter rein. Und jetzt machen wir das in einfach nur so ein paar Blätter rein. Jetzt male ich in die Augen noch mal ein bisschen schwarz rein. Mal mit so einem Mini-Punkt. Das sind nur so kleine Details. Und jetzt nehme ich meinen Pinsel mit sauberem, klarem Wasser. Und ziehe an der Tusche hier unten entlang. Weil dieses Leipziger Schwarz, das hat blau und auch ein bisschen pink drin. Wenn man das so verwässert. Und das finde ich ganz schön. So. Da kannst du wie so einen Schatten malen. Dick und dünn. Variationen wieder reinbringen. Aber das war jetzt zu viel Wasser. Aufpassen, dass wir den nicht berühren hier. So. Jetzt ist das trocken. Jetzt nehme ich einen Feinliner von Pentel. Einen Pointliner. Das ist ein ganz, ganz feiner 0.05. Der ist fantastisch. Und da gehe ich jetzt hier um das Vögelchen rum. Also nicht so genau nachmalen. Bisschen Platz lassen sein. Einfach nur so die Umrisse nachzeichnen. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel bei diesem Vogel, der ist ein bisschen groß geraten. Aber das ist auch okay. Die Form korrigieren. So. Jetzt können wir auch hier in den Bauch so ein paar Federn. Und dass da was drin ist. Ein bisschen größer, weil der Vogel auch größer ist. Also hier fehlt mir noch ein bisschen der Schatten. Ich will jetzt hier von diesem, ja ich nehme mal hier von diesem dunklen Orange. Und mache hier noch mal ein bisschen was rein. Und von dem Braun. Ich trockne den einen Vogel jetzt noch mal kurz. Das ist jetzt trocken. Jetzt male ich aber den Schnabel noch ein bisschen dunkler. Ich habe hier so eine Tinte. Von Versa Fine. In der Farbe Grün. Pigment. Ink. Und habe hier so ein Make-up Brush. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die jetzt her habe. Und dann mache ich jetzt, ich nehme jetzt hier so ein altes Papier. Das benutze ich immer. Und mache hier erst, wollte ich euch zeigen, nehme ich immer so diese, diesen Ecke-Stampfer. Stanz die Ecken. Wenn das dann funktioniert. Da muss man nicht so viel nehmen, so ganz leicht, ganz leicht drüber gehen. Das gibt denen so ein, so ein, das macht das so fertig, finde ich. Das ist total schön. Auch für einen Kindergeburtstag oder überhaupt. So fürs Rühr. Das macht doch gute Laune. Ich signiere das noch. Und dann zeige ich euch, wie ich das einpacke. Also ich habe hier zum Beispiel den Rosa-Umschlag. Ich finde, das passt ganz gut. Und dann habe ich hier so eine Zellophan-Hülle. Ich habe hier eine Visitenkarte, stecke ich da rein. Und dann habe ich hier so einen Aufkleber. Und das ist doch eine schöne Karte. Diese Karten kannst du erwerben bei Bürofachhandel Hacker. Oder ich habe auch bald eine Ausstellung. Da werde ich einige Karten mitnehmen. Das ist in Rosenbach im Mädchentreff. Also da hängen dann auch ein paar Karten, die du erwerben kannst. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo hinterlässt. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.